Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Medcon-Sandin Wagner und ich bin Frauenarzt. Und heute geht es um ein ganz brisantes Thema. Es geht um den Stunk in der Gyn-Praxis, weil du oder ihr vielleicht die Schwangerschaftsbetreuung auch mit einer Hebamme kombinieren möchtet. Und warum das manchmal zum Stunk oder Ärger kommt und warum das völliger Blödsinn ist, das erzähle ich in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Vielleicht ist dir das auch schon so gegangen oder du stehst gerade am Anfang der Schwangerschaft und überlegst, ja, Gynäkologin ist ganz nett und natürlich mache ich da auch meine Schwangerschaftsbetreuung oder auch Vorsorge, wie es genannt wird. Aber ich hätte gerne auch so ein bisschen Input von meiner Hebamme, die ich mir schon gesucht und gefunden habe. Erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn du eine gefunden hast. Und jetzt geht es darum, darf ich das überhaupt als schwangeres Paar oder ist das irgendwie verboten? Mal sehen, was der Gynäkologe sagt, die Gynäkologin, wenn ich in der Praxis bin, ob ich das überhaupt darf. Und dafür ist dieses Video gedacht, um da einmal Klarheit zu schaffen, denn ich kriege immer wieder mit, dass es da Ärger gibt. Und dieser Ärger ist zum Teil völlig unberechtigt. Aber fangen wir mal vorne an. Es gibt in Deutschland die Mutterschaftsrichtlinien. Die Mutterschaftsrichtlinien ist quasi eine Bibel, wenn man so möchte, für die Schwangerschaftsbetreuung und die Schwangerschaftsvorsorge. Und was da drin steht, ist quasi unser Leitfaden für alle Geburtshelfer und Geburtshelferinnen in Deutschland. Und da drin steht ganz explizit und ich blende es euch einmal ein, dass die Schwangerschaftsbetreuung durch eine Hebamme durchaus möglich ist. Es liegt im Ermessen der Gynäkologin, des Gynäkologens, das einzuschätzen, ob die Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft ist, ob es Komplikationen gibt oder ob es sich um einen sogenannten normalen Schwangerschaftsverlauf handelt. Und wenn dem so ist, was ja Gott sei Dank in den meisten Fällen so ist, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Punkt. Und dennoch gibt es des Öfteren rollende Augen oder einen offenen Mund, wenn man in der Praxis sitzt und sagt, die nächste Vorsorge möchte ich gerne bei meiner Hebamme durchführen. Und ich hoffe hiermit auch einige KollegInnen zu erreichen, die vielleicht dann nicht mehr mit den Augen rollen, sondern sagen, ja, warum eigentlich nicht? Denn alle haben ja irgendwo am Ende des Weges einer Schwangerschaft das gemeinsame Ziel. Wir wollen eine gesunde Mama, wir wollen ein gesundes Kind oder Kinder und wir wollen sie kompetent beraten wissen. Das ist das gemeinsame Ziel und das kann man auch gemeinsam erreichen. Erstmal ein paar Fakten, die so feststehen. Und danach möchte ich mal darauf eingehen, warum GynäkologInnen vielleicht sogar was dagegen haben, was da die Argumente sind. Und da werde ich natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern und so ein paar Internas ausquatschen, weil natürlich unterm Strich auch manchmal das liebe Geld eine Rolle spielt, aber dazu gleich mehr. Erstmal ein paar Fakten. Der Hebammenberuf wird zukünftig auch akademisiert. Es wird ein Studiengang. Und Hebammen sind spezialisiert auf eine Fachrichtung und das ist die Geburtsmedizin, die Geburtshilfe. Das ist deren Steckenpferd. Und alles, was die jemals lernen und an Fortbildungen machen, zielt auf diese Fachrichtung ab. Es sind also die absoluten Profis auf diesem Gebiet, muss man mal festhalten. Wir GynäkologInnen haben natürlich auch die Geburtsmedizin im Portfolio. Und wir haben natürlich auch Fortbildungsverpflichtungen, müssen entsprechend Punkte sammeln. Aber unser Wissen ist eben weit gefächert. Hebammen, nochmal zur Erinnerung, haben nur dieses eine Fach, wo sie sich drauf konzentrieren können. Das sind also wirklich die absoluten Profis in diesem Bereich. Auch Hebammen arbeiten nach den Mutterschaftsrichtlinien. Das heißt, alles, was da drin steht, wie die Frequenz der Vorsorgeuntersuchung ist, was da genau gemacht wird, dürfen die auch machen und können die auch machen, sofern es in ihrem Kompetenzermessen liegt. Außer natürlich die Ultraschalluntersuchungen, die drei Stück, die vorgegeben sind. Wenn du übrigens wissen möchtest, was genau in so einer Schwangerschaftsvorsorge alles mit drin ist und noch viel wichtiger, was vielleicht zusätzlich Sinn macht, denken ja viele drüber nach, was könnte ich noch machen, aber was ist überhaupt wirklich, wirklich sinnvoll, unabhängig jetzt mal des finanziellen Aspektes einer Praxis. Dann darfst du auf diesem Kanal mal gucken. Es gibt von Richtig Wissen ein Webinar, was ich gehalten habe, jetzt im September diesen Jahres, wo es genau um dieses Thema geht. Dafür musst du Mitglied auf diesem Kanal sein und dann kannst du dieses einstündige Live-Webinar mit mir nochmal nachschauen. Fakt drei ist, ja, eine abwechselnde Schwangerschaftsbetreuung zwischen Gün und Hebamme ist also auch nach Mutterschaftsrichtlinie durchaus möglich. Natürlich, legitim, rechtlich erlaubt, alles fein. Fakt Nummer vier, wenn es sich um einen unkomplizierten Schwangerschaftsverlauf handelt, dann entscheidest nur du über deine Schwangerschaftsbetreuung. Das heißt, wir Gynäkologen dürfen schon mal gar nicht verbieten, dass ihr zur Hebamme geht und andersrum darf die Hebamme auch nicht verbieten, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin zu gehen, sondern du entscheidest das, wo und wie du dich am besten aufgehoben und kompetent beraten fühlst. So, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Warum sind denn manche FrauenärztInnen dagegen, gegen die geteilte Schwangerschaftsbetreuung? Das erste Argument, was oft fällt, ist das Abgeben der Verantwortung. Man fühlt sich natürlich als Ärztin, Arzt verantwortlich für die Gesundheit von Mutter und oder Kindern und das abzugeben ist natürlich schwer. Ja, das verstehe ich auf einer Seite, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Man gibt ja nicht die Verantwortung komplett ab, sondern man teilt sie nur. Und das ist ja wiederum ein wenig entlastend, denn wenn ich alleine die Verantwortung trage, ist das natürlich ein hohes Maß an Druck. Und wenn ich die Verantwortung vielleicht teilen kann mit einer sehr kompetenten Hebamme, ist das doch umso besser. Also, Argument Verantwortung kann man relativieren. Nächstes Argument, das Argument der Kompetenz. Ja, ÄrztInnen, Ärzte sind sehr kompetent, das möchte ich gar nicht bestreiten. Sie haben sehr viel gelernt im Studium, dann in ihrer Facharztausbildung. Es ist ein Berufsbild, was sehr viel Kompetenz innehat. Möchten wir gar nicht bestreiten, aber ich habe auch gerade erwähnt, dass Hebammen in ihrer Fachrichtung einfach auch wahnsinnig kompetent sind. Und nicht umsonst wird dieser Beruf jetzt bald akademisiert. Es ist ein Studiengang, damit endlich dieses Trugbild einer ums Feuer tanzenden, mondanheulenden Frau, die Kräuter zusammen mischt, endlich verschwindet. Hebammen sind wahnsinnig kompetent in ihrem Bereich. Und die Kompetenzfrage, das Kompetenzargument ist hiermit hoffentlich auch zerschossen. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Argument, was ja für viele Praxen, wenn man mal ehrlich ist, ein wahnsinnig wichtiges Argument ist. Für alle Menschen übrigens auf der ganzen Welt. Denn wir alle möchten Geld verdienen. Alle, die was anderes behaupten, spinnen oder lügen einfach. Also, Praxen möchten auch Geld verdienen. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Schwangere der Praxis fern bleibt, kann man sich ja auch als Laie vorstellen, ah ja, dann verdient diese Ärztin, dieser Arzt in dem Augenblick ja auch kein Geld. Dazu muss man mal eins sagen. Wir reden jetzt nur über gesetzlich Versicherte. Bei den Privaten mit ihren ganz vielen verschiedenen Verträgen ist das ein bisschen komplex. Gesetzlich Versicherte schwangere Frauen. Da können GynäkologInnen, sobald ihr das Kärtchen einlest, Pauschalen abrechnen. Eine Pauschale betrifft die Schwangerschaftsbetreuung pro Quartal, also auf drei Monate gerechnet. Und wenn wir das einmal abgerechnet haben, weil ihr zum Beispiel zu einem Ultraschall gewesen seid, dann ist die vergolten. Nochmal kann man die nicht abrechnen, nur einmal pro Quartal. Und es gibt nur eine Ziffer für den Ultraschall, wenn er denn nötig ist, zwischendrin. Es gibt auch noch eine Ziffer für den größeren Ultraschall in der Mitte der Schwangerschaft, 20. Woche, wenn man denn überhaupt die Kompetenz als GynäkologIn, Gynäkologe hat, die überhaupt abrechnen zu dürfen. Das ist eine spezielle Weiterbildung. Weiterbildung. Haben wir also drei bis vier Pauschalen, die wir abrechnen können. Wir kriegen pro Besuch bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen, kein extra Geld. Irgendwann sind die Pauschalen aufgebraucht. CTG, das sind ja die Herztöne, ist nochmal so ein extra Ziffer. Das heißt, pro CTG kann ich schon eine Ziffer geltend machen, die ungefähr roundabout 15 Euro bringt. Sollte jetzt also die Schwangerschaftsbetreuung geteilt werden, fallen vielleicht drei bis vier oder fünf CTG-Untersuchungen weg, sofern sie denn überhaupt indiziert sind. Können wir schon mal rechnen, vier bis fünf mal 15 Euro. Okay. Dann können Hebammen auch diesen Zuckertest machen auf Schwangerschaftsdiabetes. Das ist eine Pauschale, die bringt ungefähr 11 Euro. Fällt also auch schon mal weg. Plus etwaige Selbstzahlerleistung. Sagen wir mal, du möchtest vielleicht noch ein, zwei Ultraschalluntersuchungen zusätzlich zu den drei vorgegebenen. Sagen wir mal, die kosten 40 Euro pro Selbstzahlerleistung. Also nochmal 80 Euro weg. Sehen wir roundabout beim Verlust von 150 Euro pro schwangeres Paar pro Quartal. Mal so ganz grob gerechnet. Das ist, wenn man 50 Schwangere betreut jetzt in einem Quartal, sind das 7500 Euro. So habe ich das mal grob gerechnet. 7500 Euro ist viel Geld. Sind wir uns alle einig. Davon ist eine Praxis essentiell teilweise abhängig, je nachdem wo sie ist. 7500 Euro ist viel Geld. Viel Geld ist das aber auch für die Hebammen, die ja auch wenig Geld haben. Und vor allen Dingen, wenn sie Beleghebammen sind, noch horrende, absurde Versicherungssummen zahlen müssen. Halten wir also mal fest, dass die gynäkologische Praxis, der es finanziell vielleicht nicht hundertprozentig gut geht, dass das ein herber Verlust ist, aber die Hebamme hat es eben auch irgendwo nötig. Und es ist so müßig in der Medizin, im Gesundheitswesen über Geld zu sprechen. Aber so ist es eben. Jeder will Geld verdienen. Das Geld jetzt also als gynäkologische Praxis selbst sich zuschustern zu wollen, ist vielleicht auch legitim. Aber vielleicht ist der Gedanke auch legitim, ja, die Hebamme hat vielleicht auch nicht viel Geld. Warum also nicht teilen? Also das, was ja nahe liegt, was wir schon bei den Kindern versuchen zu trainieren. Wenn du fünf Kuchenstückchen hast, warum gibst du da nicht eins, zwei ab? Weil diese Person hat überhaupt kein Kuchenstückchen. Also mein Appell an KollegInnen, vielleicht auch mal das so im Hinterkopf zu haben. Auch wenn ich weiß, dass das Geld sehr nötig ist. Aber es gibt andere, die haben es eben auch nötig. Und warum dann nicht teilen? Nahliegend. Also Argument Geld, Riesenargument. Immer ein Argument, aber vielleicht zu relativieren. Zusammenfassend, nochmal ganz wichtig. Take-Home-Message hieß es früher. Eine wechselnde Betreuung in der Schwangerschaft zwischen Hebamme und gynäkologischer Praxis ist bei unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf möglich. Hebammen dürfen, weil sie nach Mutterschaftsrichtlinie arbeiten, auch Schwangerschaften betreuen. Du oder ihr entscheidet bei unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf, wo ihr die Vorsorge, wo ihr die Betreuung machen wollt. Wo ihr euch gut aufgehoben fühlt. Es gibt Frauen und Paare, die fühlen sich eben bei ihrer Gynäkologin sehr gut aufgehoben. Die fühlen sich da kompetenter betreut als vielleicht durch ihre Hebamme. Es gibt aber auch andersrum Paare, die sagen, meine Hebamme, die macht irgendwie mir einen kompetenteren Eindruck als mein Gynäkologe. Also hätte ich da gerne mehr Vorsorgen. Das Ganze aufzusplitten und das wird oftmals so ab der 30. Woche gemacht, weil am Anfang wird natürlich noch sehr viel Ultraschall nötig sein, gerade in den ganz frühen Wochen. Da ist man natürlich mehr in der Praxis, aber so ab der 30. Woche, wo man dann alle zwei Wochen laut Mutterschaftsrichtlinien die Vorsorge hat, teilt man sich das mit Hebamme und gynäkologischer Praxis auf. Und ganz zusammenfassend und wirklich mein letzter Satz. In der Medizin, im Gesundheitswesen sollte es eigentlich immer um die Gesundheit der Menschen gehen. Nicht um Geld, nicht um Kompetenzfragen, nicht um Verantwortungsfragen und vor allen Dingen nicht um irgendwelche angeknacksten Egos. Dass das, vor allem ein finanzieller Aspekt, nicht ganz leicht umsetzbar ist, in der derzeitigen Lage ist, mir auch bewusst. Aber vielleicht kann man ja einen Kompromiss machen und sich irgendwo in der Mitte treffen. Dann habe ich fertig und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und lasst mir noch ein Abo da. Tschüss, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.